Inka Bause moderiert seit 20 Jahren die RTL-Sendung Bauer sucht Frau. Mit den Bauern versteht sich die Moderatorin auch immer gut, doch mit einem gab es eine Situation, an die sich Inka nicht so gern zurückerinnert. Inka Bause, 55, ist seit 20 Jahren das Gesicht von Bauer sucht Frau. Die Moderatorin hat in dieser langen Zeit schon einiges mit ihren Bauern erlebt. Doch so eng sie auch mit ihren Schützlingen ist, gibt es auch für sie eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. In einem Interview spricht sie jetzt über einen Zwischenfall mit einem Bauer, der ihr sogar richtig Angst gemacht hat. Inka Bause erzählt von einem gruseligen Zwischenfall mit einem Bauern. Generell gehen Inka Bause und ihre Bauern sehr freundschaftlich miteinander um. Unsere Bauernfamilie hält seit 20 Jahren ganz fest zusammen. Unser Sender und auch ich selbst habe für jeden, der mal Probleme hat oder dem es nicht gut geht, ein offenes Ohr. Wer mich, natürlich in erster Linie in gewissen Bahnen per MI, erreichen will, der tut das auch immer, erklärt die 55-Jährige in einem Interview mit Bild. Doch so eng wie sie auch mit den meisten Kandidaten ist, möchte sie ihre Privatsphäre schützen. Das hat ein Bauer in den vergangenen Jahren offenbar ignoriert. Einmal stand ein Bauer spätabends im Dunkeln bei mir vor der Haustür, da habe ich mich schon sehr erschrocken, das war gruselig, verrät Inka. Offenbar habe er sich zu ihr durchgefragt und wollte mit ihr reden. Im Grunde hatte er nichts Böses im Sinn. Trotzdem habe ich ihm dann eine ordentliche Ansage gemacht, dass er da eine rote Linie übertreten hat. Der traut sich das ganz bestimmt nicht noch einmal, erzählt die Moderatorin. Doch das war natürlich nur eine Ausnahme. Ansonsten hat sie sich mit allen Bauern bestens verstanden und hat sogar ein paar Lieblinge, ich darf natürlich keinen hervorheben. Aber natürlich liegen mir unsere Kultbauern wie Josef und Narumul, Bruno und Anja, Uwe und Iris und der Heinrich nach so langer Zeit sehr am Herzen.